Moin Leute, ich hoffe ihr könnt was sehen. Ich mache einfach jetzt mein Video aus Lust und Laune, weil... Keine Ahnung, weil... Okay, weil ich einfach Lust habe. So, und wenn ihr nichts seht, dann... Ich will ein Holzlager machen in der LS17 und jetzt fahre ich mit dem Fendt 700, mit dem Freund Lader und der Universalschaufel dahin, wo mein Lager sein soll, mit drei Holzstücken in der Schaufel, weil ich da schon die Hälfte verkauft habe. Jetzt... Oh, jetzt ist das Holz da rausgefallen, ey. Oh, weißt du was? Ich will jetzt das Holzstück... Ich lege das hier an die Seite. Hey, hallo, das ist nicht die Seite. So, dann lege ich das hier an die Seite und hol es gleich mit. Dann war es eben nur mit zwei Stöcken. Auch gut. Ich spiele auf der Go-Go-It-Rally-Welt und gestern um 14 Uhr habe ich noch... Oder fast 14 Uhr, 14, 30, glaube ich. Äh, 13 habe ich noch ein Video rausgebracht. Da habe ich mit einem Freund gespielt, mit dem ich schon bei meinem Vater gespielt habe. Ey, was ist denn hier von der Scheiße? Ja. Ich hoffe, ihr seht was. Da hinten ist mein Lager. Da, dieses kleine Hütchen da. Da habe ich schon ein paar Holzstämme drin. Hier, ich mache es nochmal mit Blinker an. Hier. Das hier ist mein Holzlager. Und hier liefere ich dann fast jeden Tag. Normalerweise sage ich immer zu meinen Freunden 15 Uhr, damit ich... Ich bin YouTuber, der YouTube guckt, ne? Und dann sage ich immer zu meinen Freunden 14 Uhr. Dann kann ich nämlich, also dann stehe ich früh auf, mache dann morgens keine Videos. Und dann kann ich ein bisschen YouTube klotzen. Normalerweise habe ich zu meinem Freund gesagt, 14 Uhr sollte er ins Spiel kommen und... Wir haben jetzt genau 17 Uhr 13... Äh, nee, nicht 13, 3. Äh, 14 Uhr 3 meine ich. Also, wo habe ich jetzt das Holz hingelegt? Alter, ist das neben... Ah, da liegt es ja. Warte, dann hole ich nur einen und ich mache das dann, hole das da mit. Ja, das Video hier wird auch nur 3 Minuten. Okay, es ist schon 3 Minuten. Dann mache ich wieder draus. Weil ich einfach nicht so lange jetzt aufnehmen will. Ich bringe jetzt noch eine Lieferung weg. Und dann, da ist es Ende. Warte, hier. Das Holz. Das Holz hier ist gut. Äh, den Baum hier habe ich selber privat geschnitten. Habe es aber nicht aufgenommen, weil es wahrscheinlich für die meisten Ellen langweilig ist. Und für mich war es nicht langweilig. Wenn man das Spiel kennt und mag, dann ist das eigentlich gar nicht Ellen langweilig, wenn man die ganze Zeit einen kompletten Baumstamm sägen muss. Ich muss das jetzt ja denken, weil ich ja ein Holzlager will. Und wenn ich ein Holzlager will, muss ich ja Holz sägen. Aber jetzt haben wir schon 4 Minuten. Dann mache ich 5 Minuten. So, jetzt reicht es. Ne, ich wollte ja die Ladung hier zu Ende machen und dann Ende. Und das könnte bestimmt 6 Minuten oder so werden. So, ich habe ja gesagt, ich hole noch einen mit, weil da unten... Ey, hallo? Hallo? Geht denn jetzt hier ab mit dem Holz? Egal. Dann verschiebe ich das gleich da unten nochmal. Okay, jetzt liegt es gut drin. Ah, nein, 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 bla, 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 bla. So, komm, hier in die Kurve. Also, hier liegt es ja schon. Da man es. Da haben wir es ja schon. Hier liegt es Holz, was ich dir gerade eben hingelegt habe. Einfach rausgefallen hier. Normalerweise ist mir noch nie hier ein... Okay, jetzt habe ich gelogen. Normalerweise... Ich wollte gerade sagen, normalerweise ist mir hier noch nie ein Holz runtergefallen. Aber hier sind mir mal zwei Stücke runtergefallen. Mit dem hier jetzt drei. Insgesamt. Wir haben schon fünf Minuten. Jetzt muss ich aber Gas geben. Ja, voll Gas. Geil. Der Baumstamm hat sich gerade verschoben, weil ich Vollgas gegeben habe. Ah, jetzt fahre ich mal ein bisschen chilliger. Alter, ist das... Alter, man sieht ja gar nichts. Alter, hier ist es voll nebelig. Ich hoffe mal, ihr seht, wann... Okay, jetzt habe ich noch zwei, sechs Minuten... Ja, sechs Minuten. Sechs Minuten und ein paar Sekunden. So. Okay, so. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, ich muss einfach nur die Kamera drehen. Bin ich denn behindert? Also, hier seht ihr nochmal da hinten mein Holzlager. Und ich habe Geld. So viel Geld habe ich. Könnt ihr es nochmal sehen. Nochmal Holzlager und mein geilen Fend. Warte, ich versuche es jetzt mal umzudrehen, sodass ihr mich seht. Ja, okay, ich bin drin. Bitte abonnieren. Und mein Kanal heißt David Fries LP. Bitte abonnieren und sagt euren Freunden, die sollen mich abonnieren. Mega geil. Wie viel Minuten steht da? Sieben. Sieben Minuten. Okay, sieben Minuten. Pfff.